Woody Allen, was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Siebte Episode. Was geschieht bei der Ejakulation? Innen, Kontrollzentrum im Gehirn, Kunstlicht. Techniker an Computerschaltpulten, Wandkonsolen und Bildschirmterminals bei der Arbeit. Die Kamera fährt zwischen den Bildschirmterminals in der Mitte des Raums auf den Operator zu, der vor einer Wandkonsole mit blinkenden Anzeigen steht und den Hörer abnimmt. Ihr Leitstelle, Gehirn, Bewegungsfunktion 12 auf Betriebsbereitschaft überprüfen und zum Controller hinüberschaut. Sein Bein juckt. Er legt den Hörer auf. Der Controller drückt einen Schalter an einer Wandkonsole, dreht sich um und greift zum Hörer. Das linke Beinkratzen. Ein Techniker in Nahaufnahme von hinten blickt von seinem Schaltpult auf. Bein ist gekratzt. Kamera schwenkt über die an ihren Terminals arbeitenden Männer zu einem weiteren Techniker an einem Überwachungsgerät. Er blickt auf. Auf 4-1 kommt gerade ein Scherz rein. Und herüber zum Operator, der mit verschränkten Armen vor der blinkenden Wandkonsole steht. Antwort auf reinkommenden Scherz vorbereiten. Ein weiterer Techniker in Nahaufnahme von der Seite, der angespannt und mit verschränkten Armen auf sein Gerät schaut. Reaktion auf Scherz 18.2. Der Controller mit dem Hörer in der Hand. Lächeln bitte. Ein weiterer Techniker in Nahaufnahme von vorn, der auf sein Gerät blickt. Lächelt. Der Apparator am Hörer. Gehirn an Magen. Gehirn an Magen. Innen. Magen. Kunstlicht. Der Aufseher, der Magenarbeiter steht im Vordergrund und hört auf die Durchsage vom Gehirn. Die Arbeiter sitzen längs der Wände des hallenartigen Gebildes und stehen in Gruppen über den Raum verteilt. Ein Arbeiter fegt den Hallenboden mit einem Besen. In der Mitte steht ein Radlader bereit. Im Hintergrund an der Decke die Mündung der Speiseröhre. Magen an Gehirn, bitte kommen. Der Operator an der Leitstelle am Hörer. Essen im Anmarsch. Der schwergewichtige, schnauzbärtige Aufseher, Gesicht in Nahaufnahme, spricht in sein Mikro. Was gibt es denn? Leitstelle. Der Operator am Hörer. Fettuccini. Der Magenaufseher schaut entsetzt. Ach du lieber Gott. Aus der Mündung der Speiseröhre ergießen sich ruckweise die Fettuccini und platschen auf den Hallenboden. Italienisches Essen im Anmarsch. Die Magenarbeiter gleichzeitig aus dem Off. Ich kann dieses italienische Zeugs nicht mehr sehen. Der Radlader fährt auf die Fettuccini-Halde zu. Die Männer machen sich mit Schippen und Besen an die Arbeit. Über die Fettuccini ergießt sich ein Schwall Rotwein. Innen, Kontrollzentrum im Gehirn. Der Controller hinter den an ihren Terminals sitzenden Technikern. Magen kämpft mit Fettuccini-Schwämme. Wandkonsole mit Schaltern und Leuchtanzeigen in Nahaufnahme. Eine Hand drückt einen Schalter. Achtung, hier Leitstelle, hier Leitstelle. Eine Hand drückt eine Reihe von Knöpfen. Bitte für Systemcheckbereit halten. Der Operator tritt zum Stabsleiter und streckt sich. Na, was meinen Sie? Der Stabsleiter bietet ihm eine Zigarette an. Nein, danke. Glauben Sie, dass es heute Abend zum Verkehr kommt? Also, ich bin ziemlich optimistisch. Die Dame, die er da zum Abendessen ausgeführt hat, ist wirklich hübsch. Haben Sie sie schon gesehen? Nein, bin noch nicht dazu gekommen. Immer diese verfluchte Hektik. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich werde noch verrückt. Der Stabsleiter steckt seine Zigarette an, während der Operator seine Kopfhörer-Mikrokombination zurecht rückt. Sie ist wirklich hübsch. Sie sollten meinen Blick auf sie werfen. Er tritt an ein Terminal und greift zum Hörer. Gehirn an Auge, Gehirn an Auge, bitte kommen. Innen, Augenkontrollraum. Ein Techniker von hinten an einem Steuerpult, von dem zwei Seerohre zu zwei weißen, runden Öffnungen führen. Er nimmt den Hörer ab. Auge an Gehirn, bitte kommen. Das Seerohr in Nahaufnahme. Kamera schwenkt zum Augentechniker von der Seite. Partnerin scharf einstellen. Ich will mir was genauer anschauen. Also, werden Sie mal so nett. Wollen Sie den ganzen Körper? Ja, bitte. Innen, Kontrollzentrum im Gehirn. Der Stabsleiter mit dem Hörer in der Hand. Im Hintergrund die anderen Techniker in ihren Terminals. Und zwar gleich. Er gibt dem Operator einen Wink und hängt ein. Die Kamera folgt dem Operator zu einem mikroskopähnlichen Sichtgerät. Der Operator schaut hinein. Der Stabsleiter tritt hinzu. Hoppla. Innen, italienisches Restaurant, Kunstlicht. Durch Sidneys Augen die unhörbar redende Partnerin. Vor ihr ein Teller mit Fettuccini. Daneben ein Weinglas. Hinter ihr, unscharf, geht ein Kellner durch das schummrige Lokal. Sie lächelt Sidney an. Es wäre eine Schande, wenn uns die durch die Lappen ginge. Ja, und was für eine. Alle Achtung. Schon irgendwelche Anzeichen? Innen, Kontrollzentrum im Gehirn. Der Operator steht am Sichtgerät. Der Stabsleiter nimmt den Hörer zur Hand. Gehirn an Ohren, Gehirn an Ohren. Können Sie uns mal eben Ihre Stimme hochgeben. Innen, italienisches Restaurant. Durch Sidneys Augen die redende Partnerin. Also, meiner Meinung nach hat Norman Mailer genau die gleiche Relevanz. Genau diese Affirmität, diese negative Dualität. Innen, Kontrollzentrum im Gehirn. Der Operator am Sichtgerät, neben ihm der Stabsleiter. Dieselbe negative Dualität, wie sie nur die großen Realisten, etwa Montpassant oder Flaubert, erreicht haben. Bin mir nicht so sicher, ob wir es packen. Er sieht kurz besorgt vom Sichtgerät auf. So gut sieht sie dann auch wieder nicht aus. Der Stabsleiter nickt. Innen, italienisches Restaurant. Die Partnerin redet auf Sidney ein. Meinen Abschluss habe ich an der New York University gemacht. Innen, Kontrollzentrum im Gehirn. Stabsleiter und Operator am Befehlsstand. Der Operator sieht zuversichtlich vom Sichtgerät auf. Na, dann schaffen wir es. Innen, italienisches Restaurant. Die redende Partnerin durch die Augen von Sidney. Ich mache mir trotzdem Sorgen. Innen, Kontrollzentrum im Gehirn. Operator und Stabsleiter am Sichtgerät. Sie sehen sich an. Na, dass es vielleicht eine Pleite gibt, was? Genau. Der Stabsleiter nickt besorgt. Ja, jeder kann dann und wann mal eine Pleite erleben. Aber zwei nacheinander können das Selbstvertrauen schon ganz schön ramponieren. Genau. Stabsleiter und Operator neben dem Sichtgerät. Der Stabsleiter weist in den Kontrollraum. Ja, Sie sehen doch hier, was das der Moral schon geschadet hat. Der Operator schüttelt den Kopf. Machen Sie sich mal keine Sorgen, das kriegen wir schon hin. Und blickt wieder ins Sichtgerät. Innen, italienisches Restaurant. Die Partnerin ist aufgestanden. Gesicht in Nahaufnahme. Bei mir oder bei dir? Mir ist es gleich, wo wir es machen. Hey, wieso guckst du auf einmal so verschreckt? Innen, Kontrollzentrum im Gehirn. Der Operator fährt wütend vom Sichtgerät auf. Verdammt nochmal, wer hat denn den Angstausdruck ausgelöst? Wer war das denn? Wer hat auf Angst gedrückt? Der Controller hebt den Kopf und sieht zu ihm hinüber. Niemand. Muss wohl irgendwo ein Kurzschluss sein. Er drückt auf einen Knopf. Der Operator wendet sich wieder an seinem Sichtgerät zu. Der Stabsleiter steht mit der Zigarette in der Hand hinter ihm. Das hat uns jetzt gerade noch gefehlt. Er blickt wieder ins Sichtgerät. In Nahaufnahme eine Hand, die Knöpfe drückt und Schalter betätigt. Leitstelle an alle. Fertigmachen zur Erektion. Diffuse Lichterscheinungen. Fertigmachen zur... Eine Hand, die Schalter und Knöpfe betätigt. Erektion. Sieht so aus, als ob sie... Eine Hand, die Schalter und Knöpfe betätigt. Es machen wollen. Innen, Warteraum der Spermien. Kunstlicht. Die Spermien sitzen in voller Montur längs den Hallenwänden auf einer umlaufenden Bank. Achtung, Achtung, Spermien, Achtung, Spermien. Die Spermien stehen auf, während die Kamera... Fertigmachen zum Einsatz. ...auf eine Gruppe von drei Spermien zufährt. Es ist also mal wieder so weit. Meinst du, dass wir dieses Mal wirklich raus müssen? Also ich hoffe, dass es nicht schon wieder ein Blenderalarm ist. Die haben Ärger mit der Technik da hinten. Entweder das, oder es war mal wieder reine Einbildung. Hey, du da, du stehst auf meinem Schwanz. Oh, Entschuldigung. Innen, Herzkontrollraum, Kunstlicht. Ein Techniker steht mit dem Hörer in der Hand vor einem Schaltpult. Hinter ihm ein großes Glasfenster, durch das ein Teil des schlagenden Herzens zu sehen ist. Die Herzfaktoren sind alle ausgeglichen. Ein bisschen mehr Adrenalin könnten wir noch gebrauchen. Innen, Adrenalinpumpenraum, Kunstlicht. Links hinten hat ein Techniker am Schaltpult einen Knopf gedrückt. Im Vordergrund eine große Pumpe. Hier, Nebennieren. Wir pumpen schon, was wir können. In Sidneys Wagen auf dem Parkplatz. Sidneys Hand an den Blusenknöpfen seiner verwunderten Partnerin. Du lieber Gott, Sidney, kannst du denn gar nicht warten? Willst du es denn gleich hier auf dem Parkplatz machen? Innen, Kontrollzentrum im Gehirn. Der Operator sieht aufgeregt vom Sichtgerät auf. Stimme zu bejahender Antwort anweisen und schwenkt das Gerät in eine neue Position. Der Controller blickt entschlossen zu den Männern im Kontrollzentrum hinüber. Alle Systeme auf volle Bereitschaft. Wir werden sie gleich im Auto nageln. Hände in Nahaufnahme, die Schalter betätigen, Hebel umlegen, Knöpfe drücken, blinkende Anzeigen, heftiges Computerpiepsen. Innen, Kontrollzentrum im Gehirn. Der Operator blickt aufgeregt vom Sichtgerät auf. Ohren, bitte komm, Abadali, Ohren! Er schaut wieder an sein Gerät. In Sidneys Wagen auf dem Parkplatz. Die mit Sidney im Off redende Partnerin beim Ausziehen der Bluse. Ich hab's auch schon im Auto gemacht, aber immer nur in Hardtops. Sidney im Off blickt senkrecht auf ihre Brüste. Innen, Kontrollzentrum im Gehirn. Der Operator blickt von seinem Sichtgerät auf. Versteifung einleiten! Der Controller stützt sich neben einem sitzenden Techniker auf die Apparaturen und spricht in den Hörer. Gehirn an Geschlechtsorgane! Erektion fortsetzen! Innen, Penisraum, Kunstlicht. Männer in Latzhosen und mit Schutzhelmen auf den Köpfen mühen sich an Handkurbeln ab, ein riesiges, kranartiges Gerät aufzurichten. Ranhalten, Jungs, ranhalten! Der Aufseher steht hinter seinen schuffenden Männern und feuert sie nach Kräften an. Macht schon, kriegt ihn hoch, Jungs! Alle zu, gleich! In Sidneys Wagen auf dem Parkplatz. Die Partnerin streift ihren Büstenhalter ab, beugt sich vor und öffnet den Mund zum Zungenkuss. Innen, Kontrollzentrum im Gehirn. Der Operator über sein Sichtgerät gebeugt. Zunge ausfahren! Innen, Zungenraum, Kunstlicht. Ein Techniker am Schaltpult. Neben der riesigen Zunge, die über Rollen ausgefahren wird, stehen Arbeiter mit Eimern und speicheln sie ein. Innen, Kontrollzentrum im Gehirn. Der Operator über sein Sichtgerät gebeugt. Kuss ist eingeleitet! Er richtet sich auf. Dranbleiben! Der Kuss erschüttert das Kontrollzentrum. Die Männer werden durchgeschüttelt und müssen sich an ihren Geräten festhalten. Das ist ja die reine Wonne fürs Lustzentrum! Innen, Lustzentrum, Kunstlicht. In einer Plexiglas-Kugel windet sich ein Mann. Sidney im Off stöhnt. Innen, Kontrollzentrum im Gehirn. Der Operator am Hörer. Die Techniker um ihn herum, konzentriert an ihren Geräten. Jetzt brauchen wir aber endlich mal eine Erektion! Was zum Teufel geht da unten vor sich? Innen, Penisraum. Im Vordergrund der Helm des Aufsehers, der seine schuftenden Männer anfeuert. Ich weiß doch, dass ihr es könnt, Jungs! Auf geht's! Kameraschwenk. Der Helm des Aufsehers verschwindet aus dem Bild. Die Männer an den Kurbeln lassen plötzlich los und rennen in Panik weg. Erdmann, Jungs! Was ist denn in euch gefahren? Die Arbeiter reden aufgeregt durcheinander, unverständlich. In Sidneys Wagen auf dem Parkplatz. Die Partnerin sieht Sidney im Off verstört an. Was ist denn los, Sidney? In Kontrollzentrum im Gehirn. Der Operator steht über das Sichtgerät gebeugt. Der Controller mit dem Hörer. Die Techniker arbeiten konzentriert an ihren Geräten. Ein Techniker läuft am Operator vorbei durch den Raum und verschwindet wieder aus dem Bild. Hände auf den Brüsten lassen! Jawohl! Wir haben ein Problem mit der Atmung! Innen, Herzkontrollzentrum. Das heftig schlagende Herz im Sichtfenster. Der Herztechniker kommt ins Bild. Wir sind leider schon weit über dem kritischen Wert. Wenn ihr keine Erektion zustande bringt, dann kann was nicht stimmen. Innen, Kontrollzentrum im Gehirn. Der Controller mit dem Hörer am Ohr. Erektion fortsetzen! Alle Systeme volle Leistung fahren!